So, da sind wir dann auch schon wieder zu Let's Play The Division. Ich habe uns ein schönes Gewehrchen jetzt hier fit gemacht. Warte mal, da müssen wir mal irgendwas gucken. Haben wir da nicht eventuell ein besseres Visier? Holographisches Zielobjekt. Reflex, Reflex. Anscheinend nicht. Dann lasse ich das erstmal noch so. Da müssen wir uns noch ein schönes Visierchen klar machen. Aber jetzt erstes die Mission machen. Letztes Mal hat das ja leider nicht ganz so funktioniert. Mit der Mission, weil wir gar keinen Partner gefunden haben. Ich hoffe. Oder Partners. Ich hoffe, dass läuft dies. Dass wir da jetzt auch mal irgendwie eine kleine Gruppe eventuell erstellen können. Und dann geht es ab auf schwer. Ja, ich habe nämlich voll Bock darauf, endlich mal dieses. Befindet sich ein abspielbares Echo. Ich glaube, dieses Echo kennen wir schon. Das ist hier, ne? Ja, das kennen wir schon. So. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Ich hoffe, das funktioniert. Schön, die geile Mission. So, Agenten finden Schwierigkeit. Okay, erstmal schwer. Ich mach mal schnelle Suche. Gucken, ob wir jetzt hier irgendwas an Bord bekommen, um dann diese Mission letzten Endes zu starten. Hinter uns sind irgendwelche. Bum. So. Noch irgendjemand ein Problem oder? Meinem Team. Ein weiterer Agent ist diesem Team beigetreten. So, ich kann jetzt dazu switchen. Mal gespannt. Agent, die Cleaners legen immer neue Brände. Wenn wir ihre Napalmproduktion nicht stilllegen, sind wir nur eine steife Brise von einem Großbrand entfernt. Die Sache ist, die haben ihre Hauptproduktionsanlage mitten in ihrem HQ. Also da, wo sie gerade hinwollen. Finden Sie sie und zerstören Sie sie endgültig und dauerhaft. Sie müssen auch Ihren Anführer, Joe Farrow, ausschreiten. Wenn er entkommt, fängt er wieder an. So, einen angeblichen Kollegen hier hat man wohl dabei. Da ist er. So. Jetzt wäre natürlich noch super, wenn da nochmal welche dazukommen würden. Er sucht nämlich noch. Hat der mich jetzt eingeschossen oder was? Ha? So. Er ist Level 11. Können wir uns so einen Statusbericht mal von ihm angucken? Ähm, was er vielleicht so, so dabei hat? Ich glaube nicht, oder? Sorry. Das wollte ich jetzt nicht, so. Aber anscheinend nicht. Momentan sind wir nur zu zweit. Ähm... Spielersuche. Ähm... Können wir da noch welche suchen lassen? Vielleicht haben wir welche Bock? Wir finden zufällig da noch welche. Denn jetzt unbedingt zu zweit schwer. Ähm... Fährt, glaube ich, Hardcore. Schnellsuche. Können wir da nochmal eine Schnellsuche starten? Nehme ich ihn dann mit den Kollegen. Da sind wir da... Spielersuche im Gang, ja. Ja, das ist dann halt ein bisschen mies, dass man dann hier... noch suchen muss. Aber zu zweit. Ich glaube, das wäre viel zu Hardcore. Auch wenn wir beide... mhm... die Stufe 10 überschreiten. Mit zwei Leveln und er mit einem Level. will ich gar nicht wissen, was dort auf uns zukommt. Also... Zu zweit... mhm... eher nicht so. Ich hoffe, dass wir da noch irgendwie einen zu bekommen. Das wäre nochmal... Das wäre auf jeden Fall mal sehr nice. Wenn das funktionieren würde, aber anscheinend. Ja, das ist ein bisschen... So, egal. Komm. Los. Vielleicht kommt noch einer dabei. Im Nachhinein. Flitzt nicht so los, ne? Mein Freund, aufpassen. Da müsste alles voller Napalm und Benzintanks sein. Wenn Sie einen Tank finden, machen Sie ihn unbrauchbar, egal wie. Wir wollen nicht, dass die Cleaners das Zeug holen, wenn Sie fertig sind. Wir haben alle gesehen, was Sie damit anrichten können. So, ich glaube, es scheint die Güte, das Maschinengewehr zu haben, ne? So. Ich habe ihn getroffen, nein. Zeig ihm Hals. So. Aufpassen sollte man... Also, Spielersuche ist immer noch im Gange. Vielleicht kommt ja noch dann einer... ...trotzdem dazu. So, der ist schon mal platt. Ui. Brenner. Immer noch. Komm her. Mein Freund, da solltest du aufpassen, wenn du versuchst, es anzuzünden. Da ist noch einer gewesen. Ah, ich seh den nicht. Da ist doch noch einer gewesen, oder bin ich jetzt dumm? Brauchen wir nicht. Hala. Gut. Nimm mal Miet. Hier liegt da noch irgendwo was. Habe ich da was? Aber. Wir sollen weitergehen. Okay, der erste Anstimmung war ganz in Ordnung. Haben wir super geklärt. Keiner ist down gegangen. Keiner war... ...letzten Endes schwer verletzt. Ich habe meine Grenades. Ich glaube, er hat sein Türmchen noch. Okay, hier ist niemand. Ich bin da. Ich dachte nur, da kommen welche. Oh. Wie, da. So. Ich kann natürlich nicht nur da bleiben. So, der ist schon mal tot. Vielleicht kann ich... Oh. Ich kann mich hier nämlich nicht decken. Ducken. So. Da werde ich jetzt erst mal... ...den Heal. Hui. Das ist ein Geschützturm, ne? Krieg ich den? Komm her. Krieg ich euch beide sogar. Oh. Er brennt. Fuck. Ich dachte... ...krieg den schön in den Kopf rein. Wie gesagt, dieses Gewehrchen, das... ...das gefällt mir jetzt mittlerweile schon ganz gut. ...krieg den schön in den Kopf rein. So. Wo ist er? Na, warum bist du so weit vorgegangen? Äh, so. Dum, 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 dum. Ja, der war super. So, sind beide da? Ich glaube, ich glaube, ja. So, sein Turm ist down. Man, ich habe den jetzt nicht gesehen. Den ganzen Nebel. Ach, Mann. Sehr schöner Headdy. Haben wir nochmal extra so einen super Bonus-Schaden. Bei Headshotten. Wie diesen. So, der ist down. Oh, da liegt was Blaues. Habe ich schon runter können. Hm? Was will ich haben? Amü. Was stehen hier? Hier ist gar nichts. Was sind diese Scheißkiste? Die soll... Okay, die ist unten irgendwo. Kein Plan versteckt. Können wir weiter hoch. Ja, super. Er schaut sich hier aber auch gar nicht um, ne? Er rennt hier apathisch los. Das ist der nächste Punkt. Und da waren noch Kisten. Da hätte Muni drin sein können. Oh, das haben wir jetzt auch hier. Aufgepasst, Leute. Wir haben Gesellschaft. Lasst alles schneller durch und legt die Schweine um. Wo seid ihr denn? Wo sind die denn? Wo sind die denn? guck mal an. Mann, 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 Mann. Ich kann mich nicht hier... Kann mich denn nicht in Deckung bringen. Oh oh. Zack. Komm, komm. Was für ein Headshot. Noch einer. Fuck. Ui, wo ist denn mein Kamerad? So. Ach, guck mal an. Der liegt hier. Er ist schon down, Alter. Fuck, fuck, fuck. Hab ich nicht gesehen. Hat er sich jetzt? Okay. So. Doch getroffen, oder? Ihr dürft ihn nicht zum Tank lassen. Aber er ist auf jeden Fall schon mal wieder da. Gut. Hier soll irgendwo was sein, was ich angeblich wieder nicht finde. Anscheinend. Oh, ich weiß es nicht. Zu blind. Heddy, Alter. Traumding. Fuck. Fuck. zurückziehen, zurückziehen, er geht außen rum, das ist auch schon mal gut